Herzlich Willkommen zu meiner Folge hier auf der Marsch. Wir werden jetzt zu den anderen Stellen fahren und schauen ob da funktioniert mit der Gülle. Ich hoffe ja, hier hat es nicht funktioniert. Ansonsten müssen wir kurzfristig noch einen Anhänger kaufen. Aber ungern. Dein Wasser nimmt er ja auf. Dann müsste auch Gülle gehen, also ich hole Gärreste. Gärreste würde auch gehen. Hier sind wir Gülle. Da wären nicht viel drinnen normalerweise. Die Abladen geht auf jeden Fall. Könnte am Anhänger liegen, dass er nicht so gerne annimmt. Gut, fahren wir die Hunger Gärreste. Geht ja auch. Ja, dann geht aber auch nicht. Ob zurück was ran fahren müssen? Mal schauen, Mann. Ja, aber schade, wenn es nicht gehen würde. Gut, dann haben wir eine Anhänger kaufen, bei Gelegenheit. Die Gülle will ich ja nicht durch. Ich würde gerne nutzen, also. Ich würde gerne mal schade, wenn ich die Gärreste für Düngen nehme. Müsste ich was ändern? Eigentlich nicht, ne? Normalerweise nicht. Gut, da fahren wir ja nicht zum BGH. Müsste ich auch mal da sein, normalerweise schon. Mann, ich habe so viel zu tun und kommt zu nichts. Die Produktion soll aber schon mal laufen, ne? Gleich in grün. Kann doch nicht sein. Muss ich mir ein Originalfahrzeug holen? Ja, gut, dann machen wir gleich, ne? Jetzt ist all nichts. Darlehen. So. Güllefässer. Den kaufen wir gleich. Das Zeigen weiß, nicht? Ne. Das Zeigen, also Reifen weiß. Farbig. 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 Breitreihen. Kaufen. Grün passt. Gut, dass ich mich hier stehen. Das ist irgendwie, aber da ging es schon mal. Normalerweise geht der. Oder ist nichts drinne? Da sind wir hier auch schon, äh, gereinigt die Lage, ne? Ja, normal schon. Normalerweise schon. Ja, ja, so ist das, ne? Ich will die Produktion in Gang bringen, eigentlich schon geht es nicht. Also Mist geht, aber Dünger, Gülle oder so, Gärreste. Ich hätte gerne die Gärreste genommen für das Düngen. Bietet sich an. Also, das können wir gut verwenden dafür. Weil wir ja Massen haben, also das ist richtig viel. Und die Gülle kann man ja auch notfalls an BGH verkaufen. Wenn wir das nicht, äh, für Arbeit kriegen, ne? Schau mal. Da ist ja nichts mit aufmachen. Also, wir können wir gleich probieren. Am Schweinestall oder am Kuhstall. Ob wir da was auffüllen können. Die müssen ja keine Gärreste nehmen. Gülle geht ja auch. Wo Gülle eigentlich ungünstig ist, weil wir ja besser Gärreste nehmen sollten, naja, wird mal sehen. Für das erste Mal können wir Gülle nehmen, dann nehmen wir Gärreste. Weil Gülle kann man ja auch noch verkaufen. Wir müssen alles für Geld machen. Das ist auch nichts. Jetzt, wo wir hier... Abkoppeln. Das geht. Liegt also am Anhänger. Ja, gut. Wasser hat funktioniert. Vielleicht kommt der mit dem Fahrzeug nicht klar. Gut, der hat ein bisschen weniger innen drin, aber das ist halt original, ne? LKW mal reparieren. Da noch mal 40%. So, 30.000, andere 2.000 mehr. Ich glaube, 2.000 mehr. Und bei der ist ja alles mehr oder weniger vor Ort. Das ist so gedacht. Fahren wir da hier ran. Dann holen wir unseren Mist. Und gleich mal die... Und dann Mist. Hupsala. So ein Mist, ne? Ja, so ist das. Das ist der Vorführeffekt, in Anführungszeichen. Aber... Das lag nicht an der Gülle, Gülle war da. Schneckelt man jetzt durch hier. Und da kann die Produktion anlaufen. Auf jeden Fall. Ja, Mist. Jetzt können wir Dünger produzieren. Mal sehen. Mal sehen. Mal sehen. Mal sehen. Mist haben wir jetzt 14.000. Ja, das ist sogar zeitnah zu erkennen. Super. Gut. Aus. Aus. So. Allein können wir sagen. Ja, wo war stehengelegen? da nicht ach so ich wollte ja mal ausschalten entlassen nun zahlung ist gut da schaue ich mal garantiert irgendwann mal nach ob ich da jetzt irgendwie hin kriege dazu ändern ja wort ihr mir gelassen soweit wo ist er wo ist er ach schon da im grunde weil die meldung kam alles voll nur noch ein bisschen haben wir voll ach voll ist er mal schauen wie die rauskommen geschickt mit track 17 hier ja so ist das warum wir mit dem gas gehen müssen wir es schaffen heute gut ein bga läuft schon was gut dann kommen wir zur not ja auch wenn wir nur bga ein kippen auf das förderband nehmen aber immer wenn man extra 1 1 nehmen grün farbton ja ferkel auch noch umstallen naja und sehen das nächste mal grüßen einger besorgen das ist ja auch quatsch das ist ja auch unrealistisch also ferkel ja gut da kann man sagen da können noch mehr rein weil da passt ja eh mehr in stau mehr fahrzeug rein weil die sind ja nicht so groß ja wieder hier so das machen wir hier vorne anfangen ja eigentlich müssen wir vorne abkippen ganz langsam leer leer ist schon heute in der arbeit muss ich ehrlich sagen also cosplay traut mir nicht ganz zu weil der am feldrand das wird nichts in der mitte vielleicht ja probieren wir nachher oder zum nächsten mal beziehungsweise übernächst mal also die lage macht weniger arbeit das gebe ich ehrlich zu also da kippst du nur die ballen hin und ein bisschen durch können wir mal die dünger verkaufen vor allem können wir das brauchen ganz verkaufen naja wenn der eine runde herum gefahren das geht es ja ne zweitens mal kann man ja schon weil muss man in zwei runden frei sein und dann kann man sagen okay schwierig und mit kostlich und mit auldreif naja geht so auch nicht denkt man nicht bis das in griffe gekriegt habe ist das zeug verrückt ja wie gesagt körner meist ist ja leichter zu machen als vorhand haben da fährst du halt ran und füllst ab und dann hast du irgendwann fertig aber ja ob das sieht so aus wenn er ja 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 grunde wäre ich heute schon mit durch gewesen die technik versagt hätte beziehungsweise die vier folgen nicht geschafft hätte also geschafft hätte zur rechten zeit aber gut muss ich sehen dass ich heute auch schaffe die vierzeiten folgen dann haben wir weniger stress in der woche dann brauche ich den hochladen bearbeiten muss ich auch noch aber das ist kein problem das kann natürlich parallel laufen das muss man ja nicht extra machen im dritten rechner wird eng nicht voll kann man nicht an der brücke vorbei muss ich hier so dicht wie möglich ran ah ja jetzt geht's aber wir haben es geschafft wir sind jetzt mit durch jetzt haben wir nur noch genug platz so sehen ob wir rum kommen ne ja 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 das war ja das war ja das war nix das wird nix das wird passiert schon mit so ein bisschen tricksen und dann über die wiese die waren wir eh umflügen glaube ich ja genau so so liebe Schauer das soll es für heute gewesen sein ja ich sag mal danke danke für alles fürs reinschauen fürs abonnieren fürs liken ja und ja das eine oder andere kommentieren immer gerne gesehen ja ich will mal hören und zieht sich dann zur nächsten Folge Tschüss alle haben sie gut und